Okay, heute erzähle ich euch mal ein bisschen was über die aktuellen Updates bezüglich PUBG und was da momentan geplant ist. Die Seite gibt es jetzt nur auf Englisch, ich habe es immer auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, das ist die aktuelle Quelle zu dem ganzen Thema, wurde am 24. Januar gepostet. Das ist schon eine Weile her und ich erkläre euch mal, um was es geht. Goldman Sachs hat also gesagt, dass Crafton seinen Battle Royale-Shooter PUBG upgraden will. Das südkoreanische Unternehmen plant eine schrittweise Aktualisierung seiner Strategie zur Aufrechterhaltung und Erweiterung von PUBG. Und es wurde Goldman Sachs am Mittwoch in einer Mitteilung, wurde Goldman Sachs, wurde zitiert, das gesagt zu haben am Mittwoch und diese Mitteilung liegt TechCrunch vor. Also, wie ist es gelaufen? Die Verlautbarung kommt nicht direkt von Crafton, sondern von Goldman Sachs und diese Verlautbarung von Goldman Sachs oder die Mitteilung an Goldman Sachs liegt TechCrunch vor. Also, es ist die Quelle einer Quelle einer Quelle sozusagen. Naja, dreimal zitiert, da weiß man auch nicht mehr, wie viel davon war es. Aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Der Spielherausgabe plant, sein geistiges Eigentum als Franchise zu nutzen, indem ein vielfältiges Genre, eine vielfältige Plattformform und ein vielfältiger Spielmodus eingeführt wird. Okay, was auch immer das bedeuten mag. Also, ich glaube, sie werden einfach versuchen, dieses Spiel abzudaten. Großes Grafik-Upgrade ist in Arbeit. Unreal Engine 5 für PUBG 2. Unreal Engine 5 für PUBG 2. Wer meine Videos gesehen hat, weiß, ich habe schon öfters darüber geredet. Gerüchte halten sie ja mittlerweile seit einiger Zeit. Die aktuelle Version von PUBG verwendet eine angepasste Version Unreal Engine 4. Unreal Engine 5 ist allerdings natürlich deutlich mächtiger und bietet auch bessere Grafikeffekte. Ja gut, das ist nicht wirklich überraschend. Laut Experten ebnen sie den Weg für dynamischere und detailliertere Erlebnisse in der nächsten Generation. Bedeutet, wenn ihr jetzt schon mit Ruckeln Probleme habt, kann es gut sein, dass demnächst mal neue Hardware fällig wird. Wenn ihr PUBG 2 spielen wollt. Ein Spiel mit Unreal Engine 5, was ich schon häufiger gespielt habe, auf meinem Kanal auch, ist The Isle. Und ich muss sagen, die Grafik ist episch. Wenn ihr Craften allerdings bei den ganzen Gewächsen, die es da so gibt, auf maximale Botanik setzt, dann habt ihr keine Chance mehr in irgendeinem Urwald einen Gegner zu spotten. Also ich hoffe mal nicht, dass sie da uns in irgendwelchen Dschungel abwerfen, weil sonst siehst du die Gegner echt erst, wenn sie zwei Meter vor dir stehen. Okay, was steht sonst noch da? Okay, klar. Sie haben Craftnut gegenüber TechCrunch in einer Erklärung versichert, dass es verschiedene Versuche erwägt, einschließlich der Anwendung von Unreal Engine 5, um das nachhaltige Wachstum von PUBG Battleground sicherzustellen. Okay, das bedeutet, sie überlegen, denken momentan diverse Strategien durch und eine davon wäre, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen. Das wäre natürlich nichts für PUBG Mobile. Ansonsten erklären sie kurz, wie PUBG funktioniert. Jeder, der meine Videos gesehen hat, kennt, weiß, wie PUBG funktioniert. Das brauche ich jetzt nicht mehr großartig zu erklären. Goldman Sachs prognostiziert einen positiven Ausblick für PC und Mobile Apps von PUBG. Okay. Dann gibt es noch einen BGMI, einen neuen Battle Royale Titel nur für Indien. Ich glaube, es ging da eigentlich im Wesentlichen nur darum, um quasi Craften aus Sicht von Investoren zu bewerten. Hat eigentlich nicht wirklich jetzt was damit zu tun, was die Gamer damit machen. Das ist ja so eine Investorengeschichte. Also, kaufst du die Aktie von Craften oder nicht, um von einem beispielsweise Publisher oder Veröffentlichen von PUBG 2 am Aktienmarkt zu profitieren. Genau, da unten geht es jetzt hier noch ein bisschen um irgendwelche Umsätze etc. pp. Okay, was lernen wir daraus? Ich versuche es mal nochmal kurz zusammenzufassen. Ich glaube, dass Craften gegenüber Goldman Sachs einfach momentan sagt, ja, wir haben diverse Ideen in der Pipeline. Eine davon ist, wie gesagt, das aktuelle Game PUBG abzugraden auf Unreal Engine 5. Ob das dann PUBG 2.0 heißt, weiß man nicht. Vermutlich ja. Daraus ergeben sich diverse Auswirkungen. Beispielsweise können wir unsere Skins, für die wir unter Umständen so viel bezahlt haben wie für ein Haus, mitnehmen ins neue PUBG 2.0. Das kann ich mir nicht vorstellen. Craften wird niemals Geld auf der Straße liegen lassen. Bedeutet, wenn ihr Skins in PUBG 1.0 gekauft habt, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist für PUBG 2.0 auch nochmal, also dass ihr die Skins einfach mitnehmen könnt. Vor allen Dingen, weil die dann natürlich auch an die Unreal Engine 5 angepasst werden müssen. Aber ja, das ist eine Theorie, die ich habe. Das muss man alles sehen. Eine Alternative ist, dass PUBG 2 ein reines Mobile Game gibt. Die Aussagen, die hier getroffen werden, geben diese Interpretation durchaus auch her. Ja, und dann gibt es vielleicht auch noch andere Ideen, die hier jetzt gar nicht weiter im Detail erklärt werden. Das bedeutet, die wahrscheinlichste Variante, insbesondere wenn man sich mal auf diese Unreal Engine 5 da spezialisiert, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein PUBG 2 mit einer ultra guten Grafik. Weniger wahrscheinlich oder parallel verfolgt ein neues Mobile Game. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass was kommt, von dem man überhaupt keine Ahnung hat. Und was einfach bisher reine Spekulation ist. Ich denke, ich habe es ganz gut zusammengefasst. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal die Originalquelle, die hier im Internet rauf und runter diskutiert wird, rauszusuchen und es auf Deutsch zu übersetzen. Falls euch diese Information weitergebracht hat, dann lasst mir ein Like da, subscribt meinen Kanal, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal on the Battlegrounds. Ihr könnt auch meinem Discord beitreten, den packe ich euch in die Beschreibung, dann könnt ihr beitreten und dann können wir auch mal gemeinsam eine Runde zocken. Bis dann sage ich Servus, passt auf euch auf, macht's gut, ciao, ciao.